Wunderschönen guten Morgen von der Europäischen Bürgerinitiative. Wir informieren zur Europäischen Bürgerinitiative, zur Selbstorganisierten, gegen die Freihandelsabkommen, gegen TTIP und CETA, weil das ist ein wichtiges Thema aus unserer Sicht und wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Abkommen nicht unterzeichnet werden. Schauen wir mal, diskutieren wir erstmal darüber. Die Europäische Bürgerinitiative Stop TTIP ist im Oktober gestartet und hat inzwischen mehr als eine Million Unterschriften. Das heißt, wir haben das eine Kriterium, das für EU-Bürgerinitiativen vorgeschrieben ist, erreicht. Seit gestern noch das zweite. Es haben inzwischen sieben Mitgliedstaaten der EU genug Bürger unterschrieben gegen TTIP und CETA, sodass für eine EU-Bürgerinitiative beide Kriterien erfüllt sind. Ich engagiere mich hier und beteilige mich, weil ich der Auffassung bin, dass ein Verfahren von dieser Tragweite, von dieser gesellschaftlichen Tiefe nicht hinter verschlossenen Mauern stattfinden kann. Das hat ja natürlich schön gewesen. Keinen Fall. Es widerspricht sich nur, wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, was drin ist, deswegen bin ich dagegen. Wir können gerne schon reden. Erstmal muss man wissen, was drin ist. Ich bin bei mir von die Anna-Falzen-Aberänze. Warum? Weil? Ich bin für TTIP. Ich weiß auch, dass das ein wichtiges Thema ist. Ne sagen Sie das. Aber ich bin ein alter Freund von Waldhessen und wir sagen, Rodenburg. Hören Sie auf eine gute Stimme aus Waldhessen. Okay. Und sagen Sie, TTIP stoppen! Bei dem Freihandelsabkommen TTIP und CETA geht es um die Frage der Freiheit und der Demokratie. Bei dem Freihandelsabkommen ist die Frage, wie Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Staaten geregelt werden. Und wir möchten, dass dort die Rechtsstaatlichkeit beibehalten wird und nicht private Schiedsgerichte entscheiden, wer Streitigkeiten recht hat. Ich bin jetzt kein Jurist. Aber ich finde es natürlich hochgradig riskant, wenn ein Unternehmen von woher auch immer sagen kann, weil ihr hier die und die Gesetze habt, hatte ich Nachteile und deswegen müsst ihr zahlen. Das ist unmöglich. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und wird auch von vielen, die Sie jetzt von unseren hochwohlgeborenen Parlamentariern, die letztlich doch von uns gewählt sind, die das so nicht sehen wollen. Ich glaube, dass sehr viel auch Unkenntnis noch besteht. Und man müsste die Erfahrungen etwas mehr verbreiten. Also ich selbst halte das für sehr riskant. Und jede Gesellschaft hat das Recht, sich so zu verfassen, wie sie es für richtig hält. Und wenn damit Handelshemmnisse verbunden sind, sind sie jetzt. Ich bin hier vor Ort, weil ich es wichtig finde, dass Menschen zeigen in Demokratien, dass sie tatsächlich sich engagieren und dass sie nicht alles schlucken, was die Regierung ihnen so vorschreibt oder was parteipolitisch entschieden wird. Und es gibt immer mehrere Meinungen. Und diese Meinungen sollte man anerkennen und man sollte versuchen, seinen Geist zu öffnen, um alle Argumente gegeneinander abzuwägen. Das finde ich ganz wichtig. Was letztendlich dabei rauskommt, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles machen und tun, um TTIP zu verhindern. TTIP schadet auch den Generationen nach uns. Wir möchten in Europa, dass die Bürger mehr zu sagen haben, auch zwischen den Europawahlen, zum Beispiel auch bei Freihandelsabkommen, aber besser informiert werden durch mehr Transparenz. Das war ja bisher ein großes Problem, dass noch nicht mal alle Europaabgeordneten einen Einblick in die Verhandlungen und in die Verträge hatten. Und wir wünschen uns, dass über wichtige Fragen auch europaweit abgestimmt wird per Referendum. Das ist ja ein altes Thema von Demokratie, bundesweite Volksentscheide. Und wir möchten das auch auf Europa-Ebene. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.